Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh, ich hasse Bennys Post. Wisst ihr was, Leute, ihr könnt mich mal... Ich kann auch nichts machen. Queer School. Weißt du, dich einfach mal rufen? Jugendnetzwerk Lambda Berlin Brandenburg e.V. Du sprichst mit Christoph, was kann ich für dich tun? Queer School ist ein Projekt, welches sich vor allem darum kümmert, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt die Themen stärker an Schulen, aber auch an Jugendfreizeiteinrichtungen bespielt werden. Das bedeutet, wir richten uns ganz stark gegen Homophobie, gegen Transphobie z.B. auch an der Schule oder im Klassenraum. Wichtig sind eben Eckdaten, welche Schule es ist, welche Klassenstufe, also sprich das Alter der Teilnehmenden ist ganz entscheidend. Da können wir uns sozusagen ein bisschen drauf einrichten. Und generell kannst du sozusagen mit uns entweder ein Vorabgespräch führen, wo wir das einfach nochmal in Ruhe, vielleicht auch beim Kaffee oder beim Tee einfach bequatschen. Oder du schreibst uns eine Mail. Ja, dann machen wir das so. Okay, bis dann Hannah. Tschüss. Das Queer School Team besteht vor allem aus Jugendlichen, die sich selbst als Queer verstehen und lesbisch, schwul, bi oder trans sind. Wir arbeiten ehrenamtlich auf dem Peer-to-Peer-Konzept, wurden geschult und werden professionell von zwei hauptamtlichen MitarbeiterInnen begleitet. Unser Ziel ist es, SchülerInnen dabei zu unterstützen, ihre Schuhe zu einem toleranten Raum ohne Homophobie, Transphobie, Rassismus oder andere Diskriminierung zu gestalten. Wir unterstützen dich bei deinem Projekt an Schulen und bilden euch in Workshops weiter. Wir bieten viele verschiedene Workshops an, die wir individuell nach euren Wünschen einsetzen. Über eine anonyme Fragekiste haben die SchülerInnen die Möglichkeit, Fragen anonym zu stellen. Bei der offenen Fragerunde werden diese, aber auch gerne direkte Fragen beantwortet, sowie eigene Erfahrungen mit der Gruppe geteilt. Oh, ist schon einiges Grün. Wann hast du gemerkt, dass du trans bist? Bist du schwul? Hast du dich in der Schule geoutet? Seid ihr auf der Straße schon mal dumm angequatscht worden? Haben Lesben auch lange Haare? Hältst du in der Öffentlichkeit gerne Händchen? Bist du der Mann oder die Frau in der Beziehung? Auf welche Toilette gehst du? Möchtet ihr heiraten? Wir haben Lesben eigentlich Sex. Nach inhaltlichem Input und Erfahrungsaustausch wird gemeinsam mit den TeilnehmerInnen nach konkreten Handlungsansätzen und Optionen gesucht, die Homophobie, Transphobie und Diskriminierung nicht nur, aber vor allem auch in der Schule verhindern helfen. Wir wollen nicht nur aufklären. Wir wollen die SchülerInnen ihre Schule verändern. Was muss ich also an einer Schule tun, damit Diskriminierung abgebaut wird? Wir glauben, dass SchülerInnen am besten selber ihre Schule verändern. In unserem Workshop ist es deshalb fester Bestandteil, dass wir eine Ideenwerkstatt durchführen. Dies bedeutet, dass wir mit euch zusammen überlegen, welche Projekte ihr durchführen könnt, um eure Schule zu verändern. Bei der Durchführung eurer Projekte begleiten wir euch gerne. Wir helfen euch Geld zu besorgen, Veranstaltungen zu planen oder beraten euch inhaltlich, wie ihr Themen wie zum Beispiel Toleranz und Antidiskriminierung in eurem Schulkonzept in der Schulkonferenz einbringen könnt. Wir bieten nicht nur Workshops an. Dies ist ein Plakatprojekt. Wir haben uns mit vielen Jugendlichen in einem barrierefreien Raum getroffen, um diese Fotos zu verwirklichen. Ihr könnt dieses Plakat bei euch in der Klasse aufhängen, um zu zeigen, dass es bei euch keinen Raum für Homophobie, Transphobie und Diskriminierung gibt. Wenn auch ihr den für ein Projekt habt, meldet euch bei uns. Wir unterstützen euch gerne. Du willst in deiner Schule auch einen Workshop von uns miterlegen? Oder du hast Interesse, man ruhig mitzuarbeiten? Dann schreib uns eine E-Mail. queer-at-school-at-bb.de Wir freuen uns! 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 Go! Baby, you're really in love Cause you're happy with me Verkärte um das Datsun